Am Wort als nächster Redner Gerhard Dörfler, FPÖ Kärnten. Geschätzter Herr Präsident, Herr Nachbarlandeshauptmann, Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zuerst einmal, lieber Herr Landeshauptmann, darf ich mich bei dir bedanken, ich glaube, duzt es uns ja noch immer, dass du ein klares Bekenntnis zum Föderalismus abgegeben hast. Ich will das nicht wiederholen, aber die Nähe zum Bürger ist letztendlich die Kernaufgabe der Politik. Und wer zentralisiert, der entfernt sich vom Bürger, wer zentralisiert, ist weit weg von den Sorgen der Menschen und genau der Föderalismus, den wir in Österreich haben, die Struktur Gemeinden, Bezirke, Länder und die Republik Österreich ist letztendlich der gewohnte Umgang miteinander, dass wir auch entsprechende Zukunftsvisionen finden, aufbauend auf eine Vergangenheit, die ja nicht immer ganz einfach war, wie wir wissen. Das aktuelle Beispiel zeigt auch, dass Landeshauptleute wesentlich näher am Thema der Probleme sind als Zentralisten. Ich kann mich noch gut erinnern, dass Traumpaar, das Willkommens-Traumpaar Angie und Werner, die quasi alle, die die Flüchtlingsfrage thematisieren wollten oder die über Obergrenzen gesprochen haben, über Zäune geredet haben, einfach eine vertretbare Integration und alles damit Verbundene diskutiert haben, wurden, wie hat es der Herr Bundeskanzler gesagt, als Ausländerfeinde, als Hetzer und weiß ich was abgetan. Herr Landeshauptmann, du hast zeitgerecht bereits am 29.07.2015 nach einer Obergrenze gerufen. Wie ich dich kenne, weiß ich, dass du dir das ja nicht einfach gemacht hast, um einfach sozusagen ein populistisches Asylgeschrei zu produzieren, sondern zeitgerecht zu erkennen, dass die, die die Probleme zu lösen haben, nämlich die Gemeinden und die Länder, der Bund verteilt. Wie in Brüssel funktioniert das auch in Österreich nicht wirklich. Interessant ja auch in Salzburg. Da gibt es ja eine grüne Flüchtlingsreferentin. Das ist ein grüner Gemeinderat in Salzburg gegen ein Massenquartier. Da sind der Bund aufs Auge drückt, protestiert. Und die Grüne, und das ist vielleicht ein Appell auch an die Grünen, dort, wo sie politische Verantwortung haben, versagen sie. Sie reden zwar alle schön in der Flüchtlingspolitik, sie reden alle schön, aber in Salzburg ist nicht der Herr Landeshauptmann Flüchtlingsreferent, sondern ein grünes Regierungsmitglied, das es nicht schafft, in allen Gemeinden die Quoten entsprechend aufzuteilen. Das einmal auch zur Politik der Grünen. Schön reden und nichts zusammenbringen, würde ich auf gut kärntnerisch sagen, in der Flüchtlingsfrage. Herr Kollege von Grün, beweisen Sie, was Sie können, dann können Sie dazwischenreden, aber Sie können nichts. Das hat man jetzt eindeutig anhand dieser Salzburger Situation gesehen. Hans im Glück, schreibt die Presse, ein Kollege, Hans Niesl aus dem Burgenland, wurde vom Wiener Bürgermeister und auch vom Bundeskanzler quasi ins Outer SPÖ gestellt, weil er auch zeitgerecht auf die Probleme hingewiesen hat. Grenzschutz, Obergrenzen, entsprechende Kontrollen und letztendlich auch der Arbeitsmarkt. Das sind Positionen, die sich mit den freiheitlichen Positionen decken. Warum? Weil wir an der Pulsade der Probleme sind und nicht irgendwelchen Träumen nachhecheln. Willkommen ist gescheitert. Und wie sozusagen in Österreich die Trendumkehr jetzt stattfindet, der Herr Werner, der Willkommenswerner jetzt auf einmal zum Hardliner wird. Ich habe ja schon überlegt, ob wir nicht die Ehrenbürgerschaft der FPÖ anbieten sollen, die politische, denn er hat später aber doch erkannt, weil Landeshauptmann Haslauer und auch Landeshauptmann Niesl ihn bekehrt haben. Und das ist ein Erfolg und es gibt einen zweiten Erfolg. Der neue Verteidigungsminister hat im Gegensatz zu seinen Vorgängern Darabosch und dem Elastizitätsminister Klug, die das Bundesheer quasi sicherheitsunfähig gemacht haben, ist jetzt die Chance und die Hoffnung jedenfalls da, dass es jetzt ein neues Denken und man das Bundesheer gibt. Natürlich, natürlich. Und dazu darf ich dir, Herr Landeshauptmann, und deinen Kollegen Hans Niesl auch gratulieren, weil es eben so ist, dass der Föderalismus einmal mehr beweist, dass man die Probleme schneller erkennt als Zentralisten, die gerne Probleme schönreden, wegreden und dann sozusagen delegieren an Länder und Gemeinden. So kann es nicht sein. Ein starkes Österreich braucht starke Bundesländer. Das Thema Sicherheit, Planbarkeit, Verlässlichkeit, ja, wie ist das bei der Polizei passiert? Zuerst hat man Polizeiinspektionen geschlossen, den Polizeiapparat ziemlich niedergespart, weil wir ohne dies in einem sicheren Österreich sind. Jetzt kommt man darauf, wie wichtig die Polizei im Rahmen der ganzen Flüchtlingsproblematik ganz besonders für Österreich ist. Wir brauchen eine starke Polizei und keinen Aktionismus. Wenn 200 Pfeffersprays vor dem Parlament verteilt werden, ist das billiger Populismus, Aktionismus, der strengstens abzulehnen und zu hinterfragen. Ich sage, auch die ÖVP hat im Jänner Alarmgeräte an Frauen am Praterstern in Wien verteilt. Das ist doch keine Sicherheitspolitik, dass wir irgendwo Pfeffersprays verteilen, sondern wir brauchen eine starke, motivierte, gut ausgerüstete und finanzierte Polizei. Das Bundesheer habe ich schon erwähnt. Die Grenzkontrollen habe ich erwähnt. Und jetzt komme ich auch zum Thema Verlässlichkeit. Herr Landesamtmann, wie schaut es denn mit Verlässlichkeit aus? Ich sage nur ein Thema, DITIB, Landwirtschaft. Das ist ja in Wahrheit die nächste große Geisel der Landwirtschaft. Man hat die Milchquote europaweit eingeführt, um die Milchsee zu beseitigen. Man hat die Milchquote wieder aufgehoben und was haben wir? Wieder Milchsee, Niedrigpreise, Bauern sterben. Das Gleiche beim Schweinepreis. Da machen wir Russlandsaktionen und gleichzeitig sind bäuerliche Betriebe nicht mehr existenzfähig. Das zeigt schon auf, was ist denn Verlässlichkeit? Verlässlichkeit ist, dass Österreich in seinen politischen Entscheidungen dafür Sorge trägt, dass Verlässlichkeit jeden Tag auch gelebt wird und nicht einmal sind es die Bauern, einmal ist es der Tourismus, einmal ist der Arbeitsmarkt. Zum Arbeitsmarkt, Frau Kollegin, muss ich schon sagen, haben Sie über Wien oder über Salzburg gesprochen? Na, ich denke, das war doch Wien, weil Wien hat 13,5 Prozent Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit im 2015er Jahr ist im rot-grünen Wien um 16 Prozent gestiegen. Und Frau Kollegin, in Ihrem Bundesland, Salzburg, und Herr Landis hat mir dazu gratuliert, ich auch der Salzburger Wirtschaft, Salzburg ist der Bundessieger. 5,9 Prozent mit lediglich 4,1 Prozent Zuwachs an Arbeitslosigkeit. Wenn wir das in ganz Österreich hätten, wären wir alle sehr glücklich, Frau Kollegin. Also Ihre Rede, was den Arbeitsmarkt anlagen, kann nicht Salzburg gemeint haben. Da muss ich den Herrn Landeshauptmann unterstützen und auch die Wirtschaft in Salzburg. Das kann nur Wien gemeint sein. Und sorgen Sie dafür, dass dort, wo Sie politische Verantwortung tragen, der Arbeitsmarkt funktioniert. Zeigen Sie, wie es geht und kritisieren Sie nicht dort, wo Sie auf der Oppositionsbank sitzen und Ihren Nachfolgern so einige Probleme auch hinterlassen haben. Zum Arbeitsmarkt, schwarz-blau in Oberösterreich funktioniert, Herr Kollege. Das ist gut, dass die Grünen auf der Oppositionsbank sitzen, weil da geht was weiter in Ihren Land. Seitdem auch blau mitregiert. Das ist der Unterschied. Und warten wir noch auf den kommenden Sonntag in Deutschland, die nächste grüne Abfuhr, weil die Grünen träume einfach nicht beim Menschen ankommen. Sie sind eine Splittergruppe. Sie vertreten nicht die Mehrheit der Sorgen Österreichs. Nehmen Sie das endlich einmal zur Kenntnis, dass, nur mit Sicherheit, wenn wir den nächsten Bundespräsidenten stellen werden, dann werden Sie auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Bürger andere Entscheidungen und Entscheidungsträger favorisieren. Zum Arbeitsmarkt. Und das ist auch, Herr Landeshauptmann, die Planbarkeit, über die wir zu diskutieren haben. Man weiß, dass in Österreichs Bankenlandschaft derzeit 75.000 Bankmitarbeiter noch vorhanden sind. Und in fünf Jahren ein Drittel davon 25.000 der Rationalisierung zum Opfer fallen werden. Das Thema Industrie... Ja, reden wir über die Bank Austria, Herr Kollege. Da können wir auch reden. Was gerade aktuell passiert, wird ja heute noch Thema sein, wo man Milliardenpensionskosten quasi den österreichischen Steuerzahler umhängt. Das sind die Sanierungen der Wiener, die auch 120 Milliarden Haftung für die Bank Austria, die ein Volksvermögen, die Zentralsparkkasse im Grunde verschleudert haben. Das ist nichts besser als in Kärnten. Da brauchen wir jetzt gegenseitig überhaupt nichts vor, Herr Kollege. Planbarkeit, Verlässlichkeit. Ein Thema möchte ich noch ansprechen. Die Steuerpolitik. McDonalds, Google und wie sie alle heißen, die verschieben Milliarden Gewinne über Europazentralen irgendwo hin auf eine Insel. Und das Geld, gerade Google hat ja gestanden, 11 Milliarden, wenn ich es richtig im Kopf habe, quasi Gewinne aus Europa weggeschafft zu haben. Und das ist ein Drama, was hier passiert. Einerseits wird man, es ist sozusagen ein tägliches Bombardieren der österreichischen Wirtschaft, vor allem auch im Tourismus und in der Gastronomie, das viele Betriebe aufgeben, dass man ihnen neue Steuern, ich sage nur 13 Prozent im Tourismus, neue Kosten. Ich rede gar nicht über die Registrierkasse, das soll nicht das Hauptproblem sein. Aber die Auflagen, jetzt kommt es ja noch, jetzt will man den Gastronomen noch die Herkunft der Eier sozusagen verpflichtend vorschreiben, jetzt wird es aber schon langsam dramatisch. Wenn wir so Politik machen, dann wird es in Österreich keine Wirtschaft mehr geben, die Steuer zahlt. Die internationalen Konzerne lassen ihre Gewinne abfließen und die nationalen Mittelständler und Kleinbetriebe machen wir kaputt. In der Landwirtschaft, im Tourismus, in der Gastronomie und sonstige. Und das ist auch eine Aufgabe, dass Planbarkeit und Verlässlichkeit und Motivation und Glück, Herr Landeshauptmann, sagen wir Zufriedenheit, suche das Glück und finde die Zufriedenheit, letztendlich auch im Bereich der Wirtschaft eine Grundlage dafür ist, dass es wieder einen Optimismus gibt. So gesehen ist viel zu tun und ich darf nur festhalten, dass ein starkes Bundesland wie Salzburg und auch andere, auch Kärnten ist stark mit manchen Schwächen, wie wir wissen, gilt aber auch für andere, da sollte man nicht schönreden, denn wenn man jetzt aktuell die Diskussion rund um die Hypo, wird dieses Schelling-Angebot halten oder nicht, das ist eine Sorge, die wir alle haben. Das Problem ist generell, wenn Falschentscheidungen am Finanzmarkt global, europäisch und auch in Österreich geschehen sind und da sollten wir halt auch eines zur Kenntnis nehmen, es gibt noch nicht der Hypo, es gibt auch die Volksbanken, den Kommunalkredit, die sind ja in Wahrheit um nichts besser. Nur sind sie halt nicht so politisch und gerade nicht Kärnten. Das heißt, die Gewinne werden nach Mailand geschickt, wenn wir zur Bank Austria kommen und die Pensionskosten darf der österreichische Steuerzahler beraten. Passiert ja heute nichts Besseres. In diesem Sinne, Herr Landeshauptmann, wünsche ich dir und deinem Bundesland alles Gute und ich hoffe, dass Österreich bald die gleichen Arbeitsmarktzahlen wie Salzburg hat. Gegen Zentralismus und für Föderalismus spricht sich auch der ehemalige Kärntner Landeshauptmann Gerd Dörfler von der FPÖ aus. Sorge bereitet ihm die hohe Arbeitslosigkeit in Österreich sowie die Steuerflucht von Großkonzernen, während die Klein- und Mittelbetriebe doch immer mehr bürokratische Hürden regelrecht kaputt gemacht würden. Vielen Dank.